Servus Leute, herzlich willkommen zurück zu Xenoblade Chronicles 2 New Game Plus Story. Wir werden stehen geblieben nach der Szene mit dem sterbenden Titan und jetzt heißt es zurück nach Garfond. Nehm, du bist die Abkürzung dafür, würde ich sagen. Ich muss nur kurz überlegen, wo das eigentlich war. Das sind die Breitmaulschen. Garfond, da. Wie heißt du denn einfach das da nimmst? Ach ja. So, wir haben jetzt, haben wir jetzt Mittwoch, ne? Und die Folge hier kommt Mittwoch. Mal sehen, wie viele Folgen ich heute mache, äh, ich hoffe ich überhaupt hin, ich muss da hin. Uff, das Training ist die Erlende. Jawohl, Tora, zeig's ihr! Hier kümmert sich um Dromark. Hey, hold still. Ich dachte, du war ein schwerer, Rex. Gib mir ein break. Pain ist pain, ist es? Wie ist es? Wie ist es? Don't worry, es ist ein Scratch. Ah! Das war's auf purpose! You were hurting me on purpose, weren't you? Well, I wasn't. Honest, I was just rubbing the lotion in. Rex, you rubbed it too hard. Ah! It hurts. Hey, Uto, give me a look at that. What is this? I haven't seen this before. Dunno why a blade would be stuck with a bunch of wounds. And they're exactly the same as Rex is. Incredible. Never heard of such a thing. It's all true. I just thought it was an accessory. Van Damme, that's not my style. Blades are supposed to heal up right away, no matter what the wound. If the crystal's in one piece and the driver's alive, nothing can touch them. So why is she all bashed up? That's just how the chips fell. It is what it is. What it is, is a problem. It means if one of you kicks the bucket, you both do. You told me that a good driver always protects his blade. So that's what I'll do. I'm going to protect her. Easier said than done, kid. Listen, Pyra, she saved my life, brought me back from the dead, so I won't die again. I've got to live, for her sake, until we get to Elysium, at least. We can make it together. Ah, of course. It won't do. A bunch of amateurs stealing the show. A bunch of amateurs stealing the show. But I... But I... Who are these goons? Torna. Torna. They're trying to get their hands on Pyra. Torna! Akos, just tell us what you're here for. Well, the Aegis, of course. I just had to come and see the leading lady with my own eyes. Jin, were you up to this? Well, deduced. Oh, by the way, his orders were to deal with you in whatever manner I seek it. So, you know what that means. He would do it. You're lying. Why, the surprise. Did you think he would still care about you? Oh, to live in your reality. Ow! Well, well. Your part in this play is coming to an end. So, time for you to shuffle off the stage. What's wrong? I know the name Torna. They've taken the lives of too many drivers. Including some of my crew. Good people. Rumor says it's because they're collecting core crystals. So, if this Akos is one of them, you, Zuo, get everyone out of the village. Yes, sir. You ready? Ready. Got it. Thanks for this. No problem. It'll be tough. His blade, a Broner, she can manipulate the Aether in the egg. It lets him counter elemental attacks by generating Fiends to the opposing element. Finally. A decent opponent for a change. Let's go. Is kein schlechter Bosskampf. Der kann schwierig sein. Aber in aller Regel... There is. And a ton of the weapons of the Aether. I'm not happy to laugh at the end! Fine, boy! If that's right. It's such an honor sharing a stage with the legendary Aegis! Huh? Warum würde der Driver... Es scheint, dass sie sich die Verhandlungen nehmen, irgendwie. Ah, also das bedeutet, dass der Aegeus... ... ist ein mere mortal jetzt. In diesem Fall, ein bisschen mehr Verhandlungen... ... und sie wird leicht zu dealieren. Das ist mal eine feige Sau, oder? Was ist passiert? Was? Der Aetherflug ist verabschied worden. Wie soll ich jetzt aufzuhalten? Du und deine Fancy-Mövungen. Black Grit. Ah! Ah! Es sind nur zu viele von diesen Bid-Spielern. Mein Interesse hat gewöhnt. Abrona, vielleicht ist es Zeit für eine andere Geschichte. Ah, sicher, sicher. Das würde sie ein bisschen mitnehmen. Und Pyra sieht auch nicht sehr gesund aus. Pyra! 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 Ja, sie ist gerade sterblich. Einfach nur ein Mensch mit Kräften. Wie ist sie? Wie ist sie? Sie ist nicht schlecht. Dromark denkt sie nur braucht resten. Das ist gut zu hören. Vielleicht. Ich benutze zu viel Pyra wieder. Hey, Rix. Hm? Sie wissen, was die Unterschiede ist zwischen mir und der Eckos-Feller? Er ist ein schlechtes Typ. Und du... nicht? Danke für die Verteidigung, kid. Was, wenn ich dir gesagt, dass wir nicht so anders waren? Huh? Meine Crew at the Village, wir denken, wir kämpfen für Justiz. Aber eine Just-Fight? Ich sage dir jetzt, es gibt keine solche Sache. Was die Leute nennen, ist es nur eine Begründung. War ist War. Die mehr du dich für dich selbst, die mehr Leute wollen dich kämpfen. Before du wissen es, du bist in einer War. Listen, all ich sage ist, wir haben unsere Werte, und er hat seine Werte. Aber was er macht, ist, ja, es ist schlecht. Aber War ist nicht über das Recht und das Recht. Das ist es. Und Power kann viele verschiedene Formen. ist es, es muss auf dich, auf die Macht und das Recht. Wenn wir nicht nutzen, unsere Macht, weil wir gefährdet, wir sind für den Sinn. Wir sind für, was wir für die Sache. Und wer ist falsch, wer ist falsch. So all we can do is protect what's important. I think I understand. We all got our own war, kid. My... War? Good morning. Pyra, feeling better? Yeah, I slept so much. Good. Glad to hear. Also, Nia's got something to talk to you about. She does? Yeah, go ahead, Nia. Er... 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 I... Rex. I want you to come help me. Erm, come where? To Van Damme. I need to tell him about my past with Akos and all that lot. Ah, sure. If you'd like me to, I will. Thanks. Nia originally said she was going to go alone. But I said maybe it'd be better if you went along too. Maybe I should explain. Van Damme. He kind of scares me a bit. Haha, I get it. Ach, mit der Zeit wird die englische Synchro wirklich besser. Das haben mir viele schon gesagt, ich hab's noch nie geglaubt. Ich halt immer nur auf Japanisch gespielt hab. Zeit für ne Pause, der nächste anstrengende... Lies ich halt nicht vor, was du sagst. Pech gehabt. So, Van Damme. Wo ist er denn jetzt? Ach, auf Prägenstil wahrscheinlich wieder, oder? Haha. Da ist ein Schatz, können wir ihn aufmachen? Du bist alle meine. Ich vertraue dir. Papi, Power! Ich weiß das. Hier ist was Rikki mir gesagt hat. Lies Nopon an Papi! Das ist ja nicht. Das war's. Das war's. Das war's. Ich meine, ich wollte dich erzählen, um ihn zu erzählen. Du siehst du, die Sache ist, wir sind... Being a mercenary, du meet all kinds of different folks. Huh? Your country, family, money. People got plenty of reasons to fight. Like fighting for a special girl. I see that a lot, though not every girl has a strange crystal in her chest, eh? You mean Pyra? We're just... Nia, you're with these guys right now. That's what matters. But aren't you... Anyway, Rex, weren't you saying you wanted to get to Elysium? Yeah, but we hit a snag. With a monster like that in the way, it's impossible. No guildships getting close to it without going down. Well, I've got an old mate in the Orion capital. Got a feeling he might know a way through. Really? Yeah, I've got to go there anyhow, so I could introduce you. Van Damme, thank you. Nah, it's destiny or something. Don't sweat it. Get your stuff together and meet me by the village entrance. Then we'll do it again, I would say. So, with that, we're going to finish this episode. And if you liked it, don't forget to leave a like button and subscribe to me, it'll help me and it won't hurt me. And I hope you like it, what I'm doing. In this sense, make it not good, make it better. Bis zum nächsten Mal. Euer Schraubsel. Ciao.